... von einer Nordmiliz, freie Ausübung ihres Glaubens, im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Die Rebellen nannten es den Markart-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmantel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Also durch Fehlentscheidungen. Äh, die Drachen sind nach Himmelsrand zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Und alles besteht aus Stein, selbst die Wetten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Drachen bekommen. Wow. Die haben gut vorgesagt. Das muss aber auch eine ganze Menge Arbeit gemacht haben. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Na, dann macht doch einfach uns ja ruhig. So. Also wirklich, also alles in Stein. Man merkt es auch wirklich, hier ist kein einziges grünes Fleckchen. Äh. Da ging es in die heutigen Neubauten nichts. Wow, wo komme ich denn hier hin? Ich finde auch, man sollte so einen Freizeitpark bauen und diese Stadt nachbauen. Es darf nur nicht regnen. Vor allen Dingen, die haben immer sauberes Grundwasser, weil dadurch, dass alles durch Stein läuft, wird das Wasser ständig gereinigt, von alleine. Wo komme ich denn hier hin? Ne, in eine Mine möchte ich jetzt nicht. Ehrlich, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ach stimmt, ich bin ja bei dieser Tante, die ihren Azubi ganz schön striezt, weil er so doof ist. Gut. Ich werde mich in eine Gegend begeben. Äh, Schatzkammer, nein, will ich auch nicht. Komm, laufe mir nicht mal mich rum. Ich will ja eigentlich die ganze Zeit raus, aber ich komme irgendwie nicht raus. Ach so, ruhig auf den billigen Plätzen. So. Gut, komm, mein... Ich habe das Gefühl, ich laufe hier im Kreis. Kann ich mich jetzt mit der Karte irgendwie raus teleportieren? Ja. Weiß ich, komme ich ja nie raus. So, dann gucke ich mal nach dem Journal. Und... Markiere mir einfach den nächsten Ort. Äh, okay, hier ist... Genau, hier war ich ja gewesen und den habe ich ja... Ne, wo ist denn der Bauer? Ach, ist aber auch egal. Gut, Journal. Ähm, Dämmerwacht. Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Nein, das ist meins. Okay. Dämmerwacht ist eine Vampirgeschichte, die würde ich gerne machen. Die Verschwörung der Abgeschworenen. Ja, das kannst du gerne machen. Ähm... Die Abgeschworenen sind richtig eklige Banditen, die kannst du dir gerne vorknüpfen. Äh... Enter auf... M. Okay, dann werde ich die jetzt mal finden. Okay. Okay. Dann muss ich wieder rein hier. Die haben jetzt zum ersten Mal nichts mehr von ihren Knien gesagt. Ja, keine mehr. Wenn denen das eine Bein abgefallen ist, dann lassen sich noch ein drittes Bein erwachsen. Gut. Wie nennt sich die Tiere, wo die Kniemaßen nachwachsen? Ich weiß es gar nicht mehr. Meinst du, Polypen? Ihr solltet bei meinem Vater Klebre sprechen. Ich mache hier nur sauber. So. Schatz? Wenn man alles mögliche abschneiden kann, das wächst trotzdem noch? Ich weiß es nicht. So, hier drin... Klebre... Es kommen keine Lieferungen. Also habe ich nichts zu tun. ...die ganzen Möbel ersetzen, bevor sich auch noch ungeziefer darin einnistet. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Zeigt den Knie für eure Mutter. Okay, ähm... Aufschließen. Ich suche eigentlich diese Berlin. Warum habe ich euch nun jemals geheiratet? Es vergeht kein Problem, wenn die mich auf meine Lieferung... Ich suche eigentlich die Berlin. Wer ist denn Berlin? Wer ist denn Berlin? Wer ist denn Berlin? Ich schaue hier raus. Oh, schöne Statue. Ich möchte gerne mal wissen, wie die es damals gemacht haben. Mit den Techniken. Ich muss hier rein und muss hier wieder raus. Ich weiß nicht, wo die blöde Berlin ist. Gut. Finde Hinweise über Marquette. Lasst mich raten. Ihr braucht ein Getränk. Dann ist das Gasthaus Silberblut genau das Richtung. Da in dieser Richtung ist auch noch was. Gut. Wird mir es mir nicht angezeigt. Aber ganz weit weg. Hier. Ähm... Ich sprich mit... Hallo. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ähm... Konnte ich jetzt nicht lesen. Berlin ist auf jeden Fall hier drin. Die komische Frau. Die werde ich jetzt erst mal suchen. Bekommen. Und ich soll hier rein. Das heißt, hier ist irgendwas wahrscheinlich über Marquette. Das heißt, ich muss mir jetzt... Blink. Sagt mir einfach, ob... Ah ja. Sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Marquette bringt es Pech, über die Toten zu reden. Aha. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Abgeschossen. Optional. Optional. Ähm... Journal. Kommt. Ich sollte erkleppere daran. Kommt da. Dann mache ich es einfach. Untersuche das abgebrannte Haus. Nein. Dämmerwacht. Nein. Abgeschwommen. Beschaffe den Schlüssel zu Marquette Zimmer. Kommt sofort zu mir, wenn ihr einen schmutzigen Boden oder ein schlechtgemacht... Nichts, ihr schweinsköpfiger Ochse. Das ist aber freundlich. Das ist das Gastrohr Silberblüt. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. So. Die, die am Platz, die die Männer angegriffen hat. Ihr solltet mit meinem Vater kleppen. Meine Mutter und mein Vater streiten auf dich. Was kann ein Alterskalde für euch tun? Nichts. Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein... Ich erinnere mich an sie. Ihre Haltung. Wie sie sich bewegte. Eine geübte Kriegerin. Da besteht kein Zweifel. Sie hatte hier ein Zimmer. Sprecht doch mit dem Wörter über. Okay. Ähm... Pass auf euch auf, mein Freund. Oder noch besser bezahlen. Wenn ich euch nicht helfen kann, schreibt... Ach ja. Sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang. gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markhards bringt es Pech, über die Toten zu reden. Okay. Ich möchte ein Zimmer mieten. Ihr bleibt nämlich alles übrig. Ich brauche einen Schlüssel. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich hoffe... Na, komm. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ich hoffe, jetzt ist das Zimmer von der Markhards. lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ähm... Ja. Meine geliebte Frau. Könntet ihr bitte unsere Gäste Zimmer reinigen? Putz die Zimmer doch selbst. Ohoho. Ohoho. Nur die Gäste empfangen. Das hilft. Verwalten. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mein Bett. Ein Steinbett. Sag mal, ist es normal, dass er im Wege steht? Das ist das Gastro Silberblut. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Denkt daran. In Markhards ist Meed weniger als Blut. Okay. Ist da irgendwas drin, ne? Markhards Tagebuch. Nimm ich. Na, der neuer ich mal gerne zu. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach Alter und Art. Glaub mir, glaub mir, das Drachenblut naht. Die Fall. Okay. Beschaff ich eine Schüssel jetzt im Markhards Zimmer. Hab ich gemacht. Ähm, wie ist das Tagebuch? Ähm, Bücher. Tagebuch. Tagebuch. Okay. Markhards Tagebuch. Äh, abgeschlossen. Nichts. Ja, ist okay. Find der Hinweis über Toner. Juh, Toner. Ähm. Das, eins nach dem anderen hier. Äh, beschaffende Schlüssel habe ich erledigt. Äh, find der Hinweis über Toner. Für jeden Drucker braucht man einen Toner. Gut. Gut. Ich habe beobachtet, wie ihr herumgeschnüffelt und Fragen gestellt habt. Verschwindet. Ihr wollt lieber nicht herausfinden, was wir hier mit Störenfrieden anstellen. So. Ihr seid gewarnt. Ich bin ein ganz Markhards. Er lernt an alles. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ich hab mir im Nordlester Maul. Habt ihr satt, dass die zimperlichen Adeligen euer Partner ist? Gut. Frage über Toner. Ähm, ich reiße mal schnell da hin, um zu sehen, ob ich, ähm, die Fragen, in der gleichen Stadt zu finden sind, weil ich sehe, wenn alles auf der gleichen Symbolkarte leuchtet, dann sehe ich da nicht durch. Um ehrlich zu sein. Nee, es ist nicht. Ähm. Die Abgeschworenen, die kannst du in Markhard machen. Wo ist denn dieser Hinweis? Okay, ich bin, wo bin ich erst mal selber? Ich bin hier. Jetzt muss ich mich mal in die Richtung drehen. Ähm, ich hab übrigens von der Baby von Oss gemacht, ja? Ich musste wieder antworten. Achso, ich wundere mich gerade die ganze Zeit. Gut, ähm. Ja, ich werde das mal nicht finden, aber ich mache jetzt sowieso erst mal in den nächsten fünf Minuten Cut. Und muss mal gucken, wie das funktioniert. Gut. Ähm. Das Baby ist ruhig, aber da kommen die Röschel von dem Elefanten. Äh. Äh. Und ich wollte ja sowieso schlafen. Okay. Ich muss mal gucken. Nein, abbrechen. Wo ist denn diese eine Mission? Eigentlich gesagt, die hier, ich nenne die, aufleuchtet. Die mich immer so irritiert. Die ist hier ganz unten rechts. Oder, ich kann nicht weiter als hier. Ich hatte eine Stein Rifton. Nee. Okay. Gute Frage. Geh jetzt mal rüber, aber dann werde ich mich auch ins Bett verpissen. Ja, ich mache jetzt auch nicht mehr lang. Gucken wir mal. Ich bin immer noch hier. Und muss hier irgendwie runter. Ich gehe einfach mal aufs Signal. Komm, mach mal hin. Ähm, der mal wacht. So. Also, mir mache ich jeden Tag her. Der hat die Windel bis oben voll. Gut. Also, ich muss erst mal aufhören. Unsere Kleine hat die Windel voll. Ähm, und auch die Nase voll. Deswegen mache ich das jetzt einmal mal. Bis dann, noch viel Spaß und Tschüss.